Ich bin Leonie Marti. Ich bin Hans Marti. Ich komme aus Oberbürg. Wir sind Biolandwirte und Heilkräuter anbauen für die Firma Spagyrik-Produktions-AG in Burgdorf. Wir haben 50 verschiedene Heimpflanzen auf unserem Betrieb. Wir sind sehr stolz darüber. Wir haben verschiedene Heimpflanzen auf dem Betrieb. Einjährige, zweijährige und vierjährige Pflanzen. Und solche sogar, die bis 10 Jahre auf den Feldern sind. Wir bewirtschaften unseren Betrieb biologisch und organisch. Wir suchen immer das Gleichgewicht von den Nähstoffen, die Sorgfalt zu den Böden, so dass wir möglichst schöne Heimpflanzen produzieren können. Unsere Herausforderung ist sicher, dass jede Pflanze ihren speziellen Standort auf den Feldern will. Die einen will feucht und die anderen will sonnig und warm. Und das ist natürlich für uns sehr erwitterungsabhängig, dass wir jeder Pflanze die besten Bedingungen bringen können. Mir hat mal ein alter Bauer gesagt, du darfst nicht eine Lieblingskuh haben in deinem Stall, sonst tust du die anderen vernachlässigen. Und das ist vielleicht auch auf dem Betrieb so. Und das ist eben die Herausforderung, dass man alle schöne Pflanzen kann. Okay. 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 Okay.